Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Die 5-Minute Wax Talks sind eine Videoreihe, in der ich versuche, euch ein ganz bestimmtes Wachs so kurz, knapp und knackig wie möglich vorzustellen, damit ihr euch besser entscheiden könnt, ob ihr diesem Wachs eine Chance geben wollt oder nicht. Und in diesem Video werde ich euch das Dodo Juice Diamond White vorstellen. Weil es hier, wie ihr schon seht, ganz viele verschiedene Wachse von Dodo Juice gibt, ist es in dem ersten Schritt ganz wichtig, dass wir uns mal das Gesamtsortiment kurz anschauen. Bevor wir starten, grundsätzlich könnt ihr jedes von diesen Wachsen auf jedem Lack anwenden. Aber Dodo Juice hat das hier ein bisschen aufgedröselt und für euch optimiert. Wir haben hier einmal die drei Hybrid Wachses, Shinecraft, Scarlet Fever und Black Widow. Und dann haben wir hier die acht natürlichen Wachse. Und diese wurden jetzt eben auf die Anwendung auf verschiedenen Lackfarben hin optimiert. Light Fantastic und Diamond White sind für die Anwendung auf hellen Lackfarben optimiert, das heißt Silber, Weiß oder Grau beispielsweise. Rainforest Rub, Hard Candy und auch das Shinecraft sind die universellen Wachse. Die könnt ihr und sollt ihr auf allen Lackfarben anwenden können. Shinecraft wäre auch eine gute Wahl für helle Lacke. Scarlet Fever, Orange Crush und Banana Armor sind diejenigen für warme Lackfarben. Rot, Gelb, Orange oder Bronze. Black Widow, Purple Haze und Blue Velvet sind wiederum die Wachse für dunkle Lackfarben. Schwarz, Dunkelblau, Dunkelgrün oder Dunkelviolett. Und dann haben wir noch eine Unterscheidung bei den natürlichen Wachsen zwischen harten und weichen Wachsen. Und wenn man sie sich kurz ansieht, dann merkt man schon, das hier ist zum Beispiel ein hartes Wachs. Da kann man nicht wirklich reindrücken, während man hier bei den weicheren Wachsen, ihr seht schon, die sind körniger von der Konsistenz und eben auch weicher. Hier kann man wirklich reindrücken. Blue Velvet, Banana Armor, Hard Candy und Diamond White sind die harten Wachse. Purple Haze, Orange Crush, Rainforest Drop und Light Fantastic sind die weichen Wachse. Die Unterschiede in der Anwendung, ob ihr jetzt ein weiches oder ein hartes Wachs verwendet, sind absolut minimal. Sie sind aus meiner Sicht vernachlässigbar. Und deswegen würde ich mich hier auf Basis von anderen Kriterien für eins von diesen Wachsen entscheiden. Und damit zurück zum Dodo Juice Diamond White. Alle Wachse von Dodo Juice, die modernen, kommen in diesen 150ml messenden, wunderschönen, milchigen Behältern daher. Oder es gibt sie alternativ auch noch in einem 30ml Plastikprobe-Pöttchen. Was ideal ist, wenn ihr mal generell ausprobieren wollt, ob das Thema Wachs und diese speziellen Wachse von Dodo Juice etwas für euch sind oder eben nicht. Sowohl die kleine als auch die große Variante kommen übrigens in dieser praktischen Kanto-Box, wo ihr die Anwendungshinweise hier im Kanto drin vorfindet. Vom Preisniveau her sind diese Wachse von Dodo Juice nicht die günstigsten. Sie ordnen sich aber im unteren bis mittleren Preissegment ein. Wenn ihr ein Wachs sucht mit einer besonders hohen Standzeit, dann rate ich euch entschieden von diesem Wachs hier ab. Wenn ihr bereit seid, auf ein bisschen Standzeit zu verzichten, dann kriegt ihr hier aber eine zentrale Eigenschaft. Und das ist ein unfassbar einfacher, angenehmer und vor allem fehlerverzeihender Auftrag. Also ob ihr die jetzt 10, 15, 20, 30 oder 60 Minuten oder noch länger auf dem Lack lasst, macht bei der Abnahme nicht ganz so einen großen Unterschied. Und trotz dieses einfachen Auftrags, was man nicht erwarten würde, bringen diese Wachse hier eine sehr schöne initiale Hydrophobie mit sich. Das heißt, das Ablauf- und Abhellverhalten wird direkt nach dem Auftrag wunderschön sein. Eine Farbaufrischung, manche würden auch vom Glanz sprechen, erzeugen diese Wachse von Dodo Juice definitiv. Insbesondere, wenn ihr sie auf einen nicht ganz perfekt vorbereiteten und unpolierten Lackauftrag. Und damit kommen wir zum Wax Performance Chart. Das ist eine Übersicht und ein Spinnendiagramm, das ich entworfen habe, mit dem ich die Eigenschaften verschiedener Wachse auf eine für euch möglichst nachvollziehbare und einfache Art und Weise miteinander vergleichen kann. Und damit ordnet sich das Dodo Juice Diamond White im Wax Performance Chart da ein, wo ich persönlich typischerweise die Allrounder Wachse sehe. Nein, ihr kriegt gerade beim Thema Standzeit nicht ganz so viel wie bei anderen Wachsen. Aber dafür haben wir gesagt, überzeugt das Dodo Juice Diamond White vor allem mit einem absolut einfachen, narrensicheren Auftrag in Kombination mit einem hohen Maß an Emotionalität. Wem würde ich also das Dodo Juice Diamond White empfehlen? Eigentlich allen, muss ich ehrlich sagen. Insbesondere aber den Einsteigern und den Anfängern unter euch. Was nützt es euch, wenn ich euch einen Wachs oder eine Versiegelung empfehle, die sehr, sehr lange hält, die aber mühsam im Auftrag ist, wo man eben Fehler machen kann. Man kann es zu lange ablüften lassen, dann hat man Schlieren, dann hat man Wolken. Dann hat man doch als Einsteiger das Gefühl, na gut, wenn das immer so ist, dann lasse ich das mit der Autopflege, da habe ich keine Lust drauf. Das wird euch mit dem Dodo Juice Diamond White definitiv nicht passieren. Selbst wenn ihr schon lange in der Autopflege dabei seid und viele verschiedene Sachen ausprobiert habt, selbst wenn ihr ein Fan von Keramikversiegelungen seid, werde ich euch versprechen, dass das einfache Auftrageerlebnis, das Finish, der Geruch, etwas in euch hervorrufen wird, was ihr schon lange vergessen hattet, nämlich die Freude und den Spaß an der Autopflege. Wir haben ja vorher schon gesagt, das Diamond White kann man grundsätzlich für alle Lackfarben verwenden, da müsst ihr nicht ganz so sehr darauf achten. Wenn aber so schon ein Hersteller hingeht und sich überlegt, dass er euch ein Wachs gibt, das auch ausdrücklich für helle Lackfarben gemacht ist, das heißt weiß, silber, grau und so weiter, dann um Himmels Willen, dann könnt ihr euch das hier definitiv anschauen. Light Fantastic oder Diamond White. Ganz ehrlich, ich kann diese Entscheidung für euch nicht treffen und ich kann sie euch nicht abnehmen. Diese Wachse sind sie von ihren Eigenschaften her so dermaßen ähnlich, entscheidet doch aus dem Bauch heraus oder entscheidet euch auf Basis der Gerüche. Jetzt habe ich viel über den Geruch vom Dodo Juice Diamond White erzählt, naja, wonach riecht es denn jetzt? Es ist für mich einer der besten Gerüche aus dem ganzen Dodo Juice Wachs Sortiment und zwar ist es ein... Betörend. Es ist ein, ja, es ist ein Vanilleduft mit einer ganz klitzekleinen und leichten Kokosnussnote. Absolut überragend, betörend und liebenswert. Schreibt uns unbedingt auch eure Erfahrungen mit diesem Wachs hier unten in die Kommentare unter dieses Video und dann würde ich mich vor allem freuen, wenn ihr zum nächsten Video wieder einschaltet. Servus! 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 Servus!